Und damit herzlich willkommen, meine Freunde, zu Anno 1800, dem mittlerweile sechsten Teil unserer Reihe. Und das letzte Mal, da war ziemlich viel los. Das ist immer die Situation, wenn man so die ersten Handwerker oder viele Handwerker dazu bekommt, dann kommen sehr viele Events auf einmal. Es wird alles ein bisschen schwieriger, ein bisschen komplexer. Mir war so, als hätte ich ein wenig den Überblick verloren. Den versuche ich heute wieder gekonnt zurückzuholen. An und für sich, es ist ja nichts kaputt gegangen, es passt alles. Wir wollten, glaube ich, hier drüben einmal schauen, dass wir unsere Fensterfabrik errichten. Denn ohne Fenster können wir keine Konservenfabrik bauen. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns erstmal daran, die Fenster zu bauen. Da brauchen wir eine Glashütte als Zwischenprodukt. Allerdings haben wir hier den Kontor, dass wir das Lagerhaus schon haben. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier die Fensterfabriken rein. So. Drei Stück erstmal. Das ist okay. Lauf mit einer Minute. Lauf mit 30 Sekunden. Reichen da dann zwei. Ich würde sagen, wir lassen hier einfach mal noch Platz für mehr Fenster. Clevererweise schieben wir es noch eins nach oben. Eins nur. Dann können wir nämlich noch eine gute Zwischenstraße hier reinbauen für diesen Kontor. So. Kontor sage ich dauernd. Das ist ein verdammtes Lagerhaus. Was ist mit mir? Noch eins. Und hier werden wir dann die Glashütte hinbauen. Probieren wir es erstmal so. Und vielleicht noch so. Hier Stück. Dann können wir gerne eine Doppelstraße reinziehen. Das ist die Expedition zu Crown Falls. Wir nehmen Bier. Bier ist immer gut. Weiterhin Bier, bitteschön. Und nochmal Bier. Ja. Ging ganz gut. Wunderbar. Dafür haben wir unser Bier hier dabei. Als Proviant trinken sie auch noch Bier. Wird eine hervorragende Expedition. Die kann nur gut werden. Das gefällt mir allerdings irgendwie nicht so gut. Ist ein bisschen hässlich. Können wir das Ganze so machen. Das sieht dann schon auch ein bisschen angenehmer aus. Da würde nochmal sowas reinpassen. Aber so kann man doch ganz gut arbeiten. Also. Erstmal zwei von dir. Und drei von dir. Dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze so läuft. Und dann können wir immer noch reagieren, wenn wir irgendwas merken, das katastrophal laufen sollte. Unsere Arbeitskraft hat es ein bisschen zerhauen. In der letzten Folge hatte ich zwar gesagt, Starnberg wird so viel nicht mehr wachsen. Schauen wir mal, ob ich das auch halten kann. Da wird gleich ausgebaut, denke ich. Das kann man auf jeden Fall machen. Und ihr wartet noch auf Quarz. Quarz habe ich das schon gebaut? Habe ich eigentlich schon. Vier Stück an der Zahl. 30 Sekunden. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Also würde eigentlich mehr Quarz rauskommen aktuell, als wir die Dinger haben. Wenn wir das allerdings ausbauen, dann passt es vom Verhältnis. Und du benötigst eine Minute, das heißt von dir brauchen wir mehr. Wenn wir dann vier haben, brauchen wir, oh mein Gott, brauchen wir acht. Na schön. Vier, fünf. Wenn wir dann noch mal ein Lagerhaus hier hinstellen, dann errichten wir noch mal weitere Fensterfabriken drumherum. So. Und, nee, passt so nicht hin. Dann machen wir es bündig. Dann passt sie noch gerade schön hin. Und gönnen uns dann hier das. Dann haben wir sieben. Und so hätten wir acht. So. Das wäre doch ganz in Ordnung. Genügend Lagerhäuser haben wir dann auch hier. Das ist doch eine ganz nette Produktionsstraße hier dann. Ja. Da müssten die ersten Fenster langsam arbeiten. Unsere Holzfäller sind auch am Start. Nee. Eigentlich alles okay. Eigentlich alles okay. Dann müssen wir jetzt ein bisschen warten, bis die ersten Fenster reinkicken. Das hat auch gut Geld gekostet, das Ganze hochzuziehen. Fast die Hälfte unseres Geldes. Ja. Wenn wir schon dabei sind, können wir vielleicht doch noch ein paar Häuser an den Start bringen. Ganz vorsichtig ausgebaut vielleicht. Jetzt ist allerdings da oben wieder Zeit für Servicegebäude. Sonst reicht das leider nicht. So als Platzhalter wieder. Dann müssen wir es eh hier abschließen. So viele Servicegebäude brauchen wir dann auch wieder nicht. So als nur für mich so ungefähr, damit ich weiß, wie die Abstände für die größten Häuser sein werden. Lassen wir uns mal alles hier offen. Und dann passen doch da nochmal eine schöne Zweierreihe da oben hin. Zum Beispiel hier, 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 hier. Da bräuchten wir dann doch die Zwischenstraße. Und dann sind wir eigentlich wieder mit Bauern, Arbeitskräften gut versorgt. Unsere Zwischenstraßen wieder rein. Und das Ganze natürlich schön ausbauen. Holz sollten wir genug haben. Jawohl. Gut. Das war jetzt nicht unwichtig. Zufriedenheit ist eigentlich ganz okay. Dürfte ihnen da nichts fehlen. Arbeiten. Dürfte es eigentlich auch noch nichts fehlen. Alles okay. Für denen fehlt es noch. Da sind wir noch dabei. Die werden wir voll versorgen. Bis auf den Rum. Der bringt zwar nochmal gut Geld. Aber das möchte ich dann doch in der neuen Welt alles für Crown Falls reservieren. Apropos neue Welt. Wir sollten uns noch schleunigst unsere Inseln reservieren. Bevor die KI-Gegner sich hier breit machen. Das wäre ungünstig. Du bist gerade den großen Willi in die Quere gekommen. Den großen Willi in die Quere gekommen. Naja. Das ist dein Text, Bruder. Alle gegen Willi. Fünf gegen Willi ist ein bekanntes Spiel. Da solltest du mal drüber nachdenken, mein Freund. Und dann brauchen wir die nächste Insel. Hier ist irgendwo ein Sturm. Sehr schön. Also schauen wir mal ganz kurz. Wir haben die hier oben. Da haben wir das Zuckerrohr. Das wird schon mal ganz wichtig. Mais, Kakao und Bananen. Bananen. Hier haben wir Baumwolle, Kautschuk und Tabak. Und hier hätten wir Kaffee. Was wir sonst noch nirgends haben, würde ich sagen, ist doch diese Insel hier. Die ist natürlich sehr verwinkelt. Wahnsinn. Ich glaube, dann ist die vielleicht sogar besser geeignet. Hier unten gibt es oben nochmal einen Strand zufällig. der dann das Handeln erleichtert. Naja, nicht wirklich. Dann bauen wir es einfach hier hin. Das nirgst du mir mal da rüber. Das gibt es sogar eine Aufgabe. Eine Abholaufgabe mit Treibgut. Das ist doch eine ganz gute Möglichkeit. Das dürfen wir nur nicht vergessen. Wir schicken jetzt unser Schiff da rüber. Wir siedeln die Insel und machen dann das Treibgut. So werden wir es tun. Und die ersten Fenster kommen rein. Yay. Wunderbar. Schauen wir mal ganz kurz ins Lager rein. Wieso der Lagerbestand ist. Von was haben wir viel, von was haben wir wenig. Okay, Stahlbarren. Da haben wir da ziemlich viel. Also von Stahl an sich. Ich segle auch mittlerweile. Da wäre es nicht schlecht, wenn wir das auch in Schiffe umwandeln. Die haben vier Frachtplätze. Dann gibt es da erst mal zwei, drei davon. Dann kommen die Segel nämlich mal raus aus ihrem Lager. Nochmal Lager, bitteschön. Lager Bestand. Eisen haben wir jetzt auch genug. Ja, ja. Doch. Denen geht es schon gut. Fisch. Fisch muss nochmal ausgebaut werden. Brot läuft. Schnaps läuft. Wie läuft es mit dem Bier? Das läuft eigentlich auch ganz okay. Tatsächlich. Ich traue es mir fast gar nicht zu sagen. Es läuft schon alles sehr, sehr gut. Wo hatten wir die Fische nochmal hingestellt? Die waren hier unten. Wollen wir einfach nur ausbauen. Dann haben wir uns nochmal zwei Fische ins Gesicht. Ansonsten schaut es gut aus. Wie ist es mit dem Weizen? Der ist auch sehr gut, der Lagerbestand. Ja, ja. Doch. Das passt. Sogar das Lager schon voll. War doch du nochmal kurz runter. Du auch. Hast ein bisschen Overkill, was wir da wieder getrieben haben. Aber man weiß es halt nicht. So, wenn ich jetzt vom Quarz denke. Quarz genug. Glas fehlt allerdings. Na ja, Arbeiter, Arbeitskraft. Immer irgendwas. Muss man sagen. Es ist doch immer irgendwas. Aber Fenster sind wichtig. Die sind richtig wichtig. Hier fehlt Glas nämlich. Genau. Dann würde ich sagen. Quarz. Was mit Quarz? Muss er erst noch abholen. Okay, jetzt geht es weiter. Sehr gut, sehr gut. Da gibt es dann neue Schiffe. In unserer bayerischen Heimat hier haben wir das Paprika an den Start gebracht. Und die Paprikas. Und mit dem Hopfen passt es auch erst mal. So weit, so angenehm. Dann warten wir mal, bis wir nach Crown Falls dürfen. Da ist es glaube ich sogar schon soweit. Fast. Hier gibt es nochmal ein kleines Event zwischendrin. Wir nehmen wieder unser Bier. Recht für mehr haben wir ja auch nicht. Und schauen, wann man uns nach Crown Falls lässt. Dürfte nicht mehr so lange dauern. Ich muss ja eigentlich mit dem Holz. Bisschen schneller, bitteschön. Pelzmäntel. Ah ja, hier ist das dann. Das brauchen wir dann doch. Das Betrag kostet allerdings 40 Fenster. Wahnsinn. Das wird aber wichtig. Da kommen nämlich ziemlich viele Krankheiten sonst. Könnten wir hier eins hinstellen. Vielleicht hier oben eins. Beziehungsweise hier wäre eigentlich ganz gut. Da haben wir euch doch nochmal raus. Und nehmen dich hier rein. Dann ist das ganz gut verteilt. Hier unten ein bisschen. Aber wenn wir dann die Steinstraßen haben. Das wäre mir sowieso ein Anliegen. Dass wir hier alles mit Steinstraßen vollpflastern. Allein vom Aussehen. Wir sind ja nicht mehr irgendwer. Wir sind eine schöne Hafenstadt. Ja. Da haben wir irgendwas vergessen. Aber das passiert bei Anonoma. Es ist einfach so viel auf einmal. Ab einem gewissen Zeitpunkt. Zumindest. Und solange hier alles läuft. Kann man schon damit leben. Jetzt haben wir nur wieder keine Steine. Hier hat man noch eine Aufgabe. Irgendwo muss man ja anfangen. Geleitschutz. Nee. Nee. Sehe ich gerade nicht. So viele andere Dinge, um die man sich gerade kümmern muss. Aber hier wieder keine Steine. Arbeiten eigentlich gut. Ich frage, ob man sich nicht Steine einhandelt. Und davon können wir mal. Hier gibt es noch Schiffe zum Verkauf. Aber auch nur Fregatten. Wir bauen ja mittlerweile unsere eigenen Clipper. Land und Meer. Das stimmt. Kommt schon noch, Junge. Wir müssen schauen, dass wir unsere Steinproduktion an den Mann bekommen. Hier gibt es nicht mal Stein. Dann müssen wir sonst wirklich einkaufen. Wird wahrscheinlich kein Weg dran vorbei. Dann. Hopfen läuft gut, muss man sagen. Ja, das passt. Jetzt haben wir sogar ein neues Schiff. Sehr gut. Ein Clipper. Genau. Die haben dann nämlich die vier Lagerplätze. Sammeln wir mal meine Schiffe kurz, damit ich mich orientieren kann. Ah, Expedition. Müsste langsam zum Ende kommen. Der Trelawney. Wir setzen die Verfolgung natürlich fort. Wir nehmen das Schiff beschlagnahmen. Und? Jawohl. Wir sind nicht hier, um der innenpolitischen Unzufriedenheit zu entgehen, sondern um sie zu beheben. Unsere Nation hat ihren Stolz verloren, doch Stolz kann wiederhergestellt werden. Am Cap Trelawney hat unser Vater die größte Schlacht gegen La Corona gewonnen. Wir konnten die Schlacht als Sieger verlassen, doch nun seither all die Schätze seiner Zeit in den Tiefen von Poseidons schoßen. Lange Zeit hat das Kapaun-Zepter seinem Träger unangefochtene Autorität verliehen. Doch es ist zusammen mit La Coronas Flotte in den Fluten versunken. Hier am Cap von Trelawney ist Vaters Sieg allgegenwärtig, seine größte Tat. Mit dem Fund des Kapaun-Zepters, einem Privileg unseres Sieges, können wir an den Ruhm vergangener Tage gemahnen und das Vertrauen in die absolute Monarchie erneuern. In Gedenken an die wundervollen Wasserfälle dieser Insel werden wir hier das neue Zentrum unserer Macht errichten, Crown Falls. Mein bisher größtes Vermächtnis. Bringt das Zepter zurück in unseren Besitz und wir ennenen euch zum Gouverneur dieses Eilands, dem Cap von Trelawney. Vorerst vielleicht noch ein bescheidener Außenposten, aber er verspricht die größte Metropole unseres Königreichs zu werden. Und damit, oh mein Gott, schaut euch mal diesen Oshii an, Insel an. Ja, damit kann man doch arbeiten, es hört gar nicht mehr auf. Und genau hier werden wir uns auch so richtig austoben. Hier geht die Luzi aber mal so richtig ab. Da kommen dann auch unsere Investoren ins Spiel. Und ich sehe mit Freude, dass Cape Trelawney eine ganz gute Fruchtbarkeit hat, so an sich. Nur die Inseln drumherum, das ist wahrscheinlich sogar hart gelockt, wie das Ganze hier eingestellt ist. Nur die Inseln drumherum sind dann doch karg. Ja, 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 das ist gut. Das passt alles für mich. Kommen wir aber gleich dazu. Gehen erstmal nochmal in die alte Welt. Und optimieren uns hier so hin, dass der Laden hier einigermaßen läuft. Wie schaut es denn mit den Fenstern jetzt aus? Ich glaube, da könnte sogar noch eine Fensterfabrik an den Start gehen, wenn es die Arbeitskraft erlaubt. 100 Handwerker kostet das. Wahnsinn. Ne, ansonsten schaut es ganz gut aus. Unser Stein. Wir wollten uns Stein einhandeln. Das wäre noch wichtig, dass wir nicht dauernd warten müssen. Kostet ein bisschen was. Egal, wir haben es aktuell noch. Schicken dich zurück. Genau. Bilanz ist okay. Das passt alles soweit. Königliche Steuern, die hauen natürlich irgendwann rein. Ich glaube, die königlichen Steuern ist einfach so eine Game-Mechanik, dass es nicht zu leicht wird, Geld zu verdienen. Ich weiß auch nicht, was wir großartig dagegen tun können. Ich meine im Hinterkopf zu haben, dass es hauptsächlich darum geht, die Verhältnisse zwischen Bauern, Arbeiter und Handwerker, Arbeitskräfte möglichst gleich zu halten. Ist uns ja eigentlich gar nicht schlecht gelungen. Jetzt haben wir zwar ein bisschen viel Arbeiter, da könnten wir vielleicht noch mal ein bisschen nachjustieren. Und noch mal eine Runde hier. Ja, so, wegen den ganzen Aufstieg-Partys hier haben wir natürlich unseren Stein ausgegeben. Was gibt es hier? Hallo? Hallo? Geleitsschutz, wir nehmen hier mal an. Auch Geleitsschutz zufällig, kann das sein? Schmuckelaufgabe. Schauen wir gleich mal. Welche Schiffe uns dafür zur Verfügung stehen. Hier haben wir wieder einen Klipper. Die können alle nicht schießen, die klippern. Nur die Fregatte kann das. Die kann schießen. Dann probieren wir einmal die Aufgaben mit dem Schmuggeln. Ich fahre einmal darüber. Denn das müsste langsam unser Schiff mit den Steinen kommen. Dachte ich. Da kommt es. Scheint schlechter Wind zu sein. Ein bisschen langsam unterwegs. Macht nichts. Ähm, nee, wir brauchen jetzt wirklich Steine, um die Straßen auszubauen. Kann man ja schon mal hier unten weitermachen. Da hat es uns eins zu viel ausgebaut. Unsere Stadt soll schöner werden, ist das Motto. Und dafür braucht es eben Steine. Hier kommt die erste schöne Ladung Steine. Und wir haben ganz gut Fenster mittlerweile. Das heißt, wir können das Krankenhaus 1 bauen. Das ist schon mal gut, wenn der erste Arzt an den Start geht. Und hier geht es weiter mit unserer Ausbau-Action. So. Sieht doch gleich viel besser aus. Ansonsten werden wir dann in der nächsten Folge langsam anfangen, Cape Trelawney zu bebauen. Und auf Cape Trelawney habe ich mir vorgestellt, werden wir keinerlei Produktionsgebäude bauen, die eine Verschmutzung der Umwelt zur Folge haben. Oder die Kultur runterdrehen. Das wird alles auf anderen Inseln, auf separaten Inseln passieren. Wir haben unser Schiff, glaube ich, hier hingebracht. Genau, wir haben die Schmuggelware. Und ich frage, wo muss die Schmuggelware denn hin? Bitteschön. Wie kann sie mit einem Klipper hier drüben? Und passt da irgendjemand auf? Nein. Da kann er. Okay. Wo ist es denn dann eine Schmuggelei, wenn keiner aufpasst, was wir hier machen? Aber gut. Fürs leichte Geld würde ich es natürlich so nehmen, wie es kommt. Ja, wir kriegen immer mehr Schiffe dazu. Das ist schon mal gut. Für den späteren Warentransport. Also ja, auf Cape Trelawney keine Produktionsgebäude, die die Kultur runter machen. Also hier haben wir zum Beispiel Stahlwerk, Hochofenküllerei. Wobei, da muss man schauen, ob wir das nicht vielleicht doch machen. Aber Unorte wird es keine geben auf Cape Trelawney. Vor allem nicht Metzgereien und die ganzen, alles was mit Schweinen zu tun hat, scheint hier ganz schön rein zu hauen. Denn wir wollen ja schauen, dass wir dort auch unseren Zoo errichten, unser Museum, unseren Palast. Und die haben das nicht so gerne, wenn Touristen kommen. Die haben das nicht so gerne, wenn das hier die Attraktivität sinkt. Deswegen, alles schön auf andere Inseln verlagern und dann dort hinliefern lassen. Dann haben wir das Problem nämlich nicht. So, das mit den Fenstern geht eigentlich auch mittlerweile gar nicht so langsam voran. Da kann man schon langsam mit arbeiten. Was ein bisschen schwierig ist, sind die Steine. Die brauchen wir dann doch in rauen Mengen. Ist die Herbsternte eingebracht? Das war die leichteste Schmuggelaufgabe ever. Eigentlich sind da immer Gegner dann am Start, die ein bisschen aufhalten. So, jetzt hat sich das auch erledigt mit den Steinen. Wollen wir unser Schiff zurück. Hängst da oben rum und sammelst dich mal zu den anderen Schiffen hier runter, dass das ein bisschen eine Struktur ergibt. Ja, es fehlt wirklich einfach an Steinen. Wir müssen irgendwas tun, um die Steinproduktion zu erhöhen. Und ich bin dazu geneigt, zumindest. Dann brauche ich aber wieder Polizeistationen. Das hier dann doch mal hochfahren. Dann haben wir da doch mal ein bisschen Gas geben müssen. Also so wird es ein bisschen schwierig. Jetzt brauchen wir allerdings überall eine Polizei, die bei erzweigen Streiks aufräumt und wieder für Ruhe sorgt. Das braucht auch wieder Steine, logischerweise. Eieiei, zwei sind tatsächlich zu wenig. Wir müssen uns vielleicht mal eine Insel suchen. Die Steine hat die hier, wäre doch ganz angenehm. Drei Stück sogar. Dreimal Steine, um sie dann hier runterfahren zu können. Ich würde sagen, das machen wir gleich mal. Wir brauchen dafür wieder Holz. Daran soll es bestimmt nicht scheitern. Holz und wir brauchen ein wenig Stahl für den ersten Kontor. Acht Stück waren das. Und somit machen wir uns auf den Weg zu der Insel hier oben und errichten eine Insel für Stein hauptsächlich. Mal schauen, ob wir sie dann noch für andere Dinge benutzen können oder nicht. Genau. Also, in den Bett kommt wieder ein bisschen Stein rein. Hier hatten wir... Nee, was fehlt? Ach, wieder Stein. 20 Stein für das nächste Krankenhaus. Das lohnt sich auf jeden Fall. Schauen wir noch mal, ob sich hier irgendwas im negativen Bereich befindet. Die Arbeitskleidung hat es tatsächlich doch noch erwischt. Aber da haben wir ja erfolgreich vorgesorgt. Da dürfte sich nichts fehlen. Eins reicht, sonst haben wir keine Bauernarbeiterkraft mehr. Ja, unsere Bilanz geht langsam wieder runter. Ist aber noch ganz okay. Noch Rizzat. Da haben wir die zwei Steine. Natürlich haben wir die Aufgabe vergessen wie ein dicker Bro. Aber gut. Dann kann ich alles können. Da machen wir das hier noch. Und in diesem Sinne würde ich sagen, setze ich mich mal in alle Ruhe hin und mache mir noch mal einen Plan, wie wir in Zukunft weiterspielen, was zu tun ist, damit wieder ein bisschen mehr Struktur reinkommt. Das war jetzt ein bisschen viel auf einmal, bin ich ehrlich. Aber ich denke, wir kommen wieder dahin, wo wir hinwollen. In diesem Sinne möchte ich euch aufs nächste Mal vertrösten. Macht es gut. Ciao, ciao.